Und so? Ahhhh. Stabilisierungsdruck. Jetzt, wir haben ihn. Eieieiei. Wie, was? Wie? Jetzt nur da hinten? Nein. Nein, da hinten die Brücke ist jetzt stabil. Aber hier immer noch nicht. Wo ist denn jetzt der nächste? Da bestimmt, wa? Oh shit. Was? Ist der weggegangen? Ach, Quatsch. Verkehrte Maustaste gedrückt. Ja, das sieht so aus, als wenn... ...da noch einer ist. Nee. Nee. Shit, wie sollen wir das denn hinkriegen? Dass man da dran kommt. Nee. Jetzt ist natürlich auch die Frage, ist da wirklich so ein Energieerzeuger? Einen Moment mal eben. Nee, ne? Nee, ne? Nee, ne? Nein. El Blindo. El Blindo. Nein. Der war die ganze Zeit hier bei uns. Ah. Und guck mal, wie einfach der dann gewesen wäre. Und wir machen da so ein Hackmack raus. Ach, du Scheiße. Gut, noch einen sehe ich jetzt hier gerade nicht. Oh nö. Aha, die sind da. Ah. Gut. So, jetzt will ich aber eben einmal auch richtig speichern. So. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal hier drauf. Ich komme da nicht drüber weg. Da stehen wir die ganze Zeit davor. Und sehen den nicht. Huch. Wah. Äh. Ja, die drei haben wir ja alle aktiviert. So. Das heißt, die sind alle aktiviert. Wir können jetzt... Oh, Hauptsache das trägt. Ähm. Hallo? Hallo? Ah. Ausbruch, Ausbruch, Ausbruch. Ja los, fangt uns, fangt uns, fangt uns. So, hier war nix, ne? Ne, das schimmerte da nur so durch. Da waren da noch mehr, oberhalb. Ey, du Arsch. Hast du noch nicht mitgekriegt, dass wir da sind, wa? Der Reißgraf ist in so Haus. Und hier habt ihr auch noch nicht gerallt, hä? Okay. Jetzt machen wir erstmal... Kleine Notversorgung hier. Speichern. Äh, Alex, vielleicht wäre das jetzt hier gleich, äh... Deine Zeit, irgendwas zu tun. Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Was ist denn hier? Da können wir auch nix machen. Äh, Moment, Moment, Moment. Was haben wir denn hier alles? Äh... Muss hier noch was rein? Muss da noch so ne Energiekugel rein? Äh, wo können wir uns denn mal eine abzapfen, da? Was passiert hier? Aha. Was ist das denn? Au. Scheiße, die Hölle bricht los. Das ist hier. Huah. Huah. Okay, wir könnten jetzt... ...da weiter. Ist denn hier alles in Ordnung schon? Äh... ...der zapft da irgendwie den inneren Kern an? Ja, ich glaube... ...bis auf die hübschen Blutflecken. War's das jetzt, glaube ich, hier? Dann gehen wir doch mal da weiter. Das sieht doch aus wie eine Einladung. Aber warum kriegen wir keine Waffen? Die haben doch Waff... ...Waffen. Ach so, da wären die Kugeln wohl... Aha. Und jetzt? Äh... Was sollen wir denn hier machen? Hä? Hallo? Alles klar. Kapiert. Und da kann man weiter. Äh, okay, das sollten wir aber nochmal eben kurz, äh, neu machen. Okay, da gehen wir weiter. Aufgeladen haben wir auch. So, da geht's zu diesem Kern. Wahrscheinlich müssen wir da hin. Macht ja Sinn, ne? Sonst, äh, wieso sollten wir hier sonst hin müssen? So, und jetzt speichern wir nochmal. Boah, das wird aber jetzt schweineschwer werden. Schweineschwer. Hilfe. Okay, ein paar werden wir wahrscheinlich abkriegen, natürlich. Boah. Ja gut. Das ging doch schon gar nicht mal so schlecht. Können wir hier was machen? Ah, das ist Glas. Oh Gott, das sieht man gar nicht immer so. Aha. Dann gehen wir mal hier weiter. Oh. Hallo? Einer zu Hause? Ich könnte auch mal Licht anmachen. Einfach mal, damit man besser sieht. Ja, 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 komm. Boah. Alter. Falter. Das ist aber gut. Schluss mit euch. Könnt ihr nicht draußen im Garten spielen? Mann, 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 Mann. Das sieht hier alles sehr milchig aus. Sehr verraucht. Verraucht. Verrucht. Okay, da ist auch nichts. Okay, da ist auch nichts. Aha. Soll ich mach mal Taschenlampe aus? So, jetzt sind wir hier oben direkt am Kern. Oh, oh. Da sieht alles sehr ungesund aus. Und außerdem ist hier eine unheimliche Strahlenbelastung. Ja, und jetzt? Hilfe. Sollen wir jetzt da hin? Aber was bringt uns das? Wir springen mal rein. Hey. Okay. Das war es schon mal nicht. Aber ich finde, äh, ja. Musste mal sein. So, da ist auf jeden Fall die Radioaktivität sehr, sehr hoch. Können wir hier irgendwas machen? Hm, hm. Nee, nicht wirklich. Tja, Alex. Kannst du nicht irgendwie uns einen Tipp geben? Ist das hier irgendetwas? Hä? Moment mal. Ist das nicht so ein Generator? Ist das nicht so ein Generator? Moment. Äh, von wo können wir holen? War da draußen? Moment mal. Vielleicht von da draußen. Dass wir da nämlich eine Energiekugel reinhauen müssen. Äh, komm schon. So, mal eben kurz hier irgendwo. Irgendwo muss so eine sein, oder? Da haben wir eine. So, raus aus dem Verseuchten. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawoll. Es ist so ein Generator. Oh. Aha, da haben wir jetzt ein. Aha. Gut. Oder auch nicht, oder wie auch immer. Da ist jetzt ein Schutzfeld. Was sich aufgebaut hat. Ja, und jetzt? Hm. Wieder zurück, oder wie, oder was? Wofür war das denn jetzt? Hm, okay. Wir speichern und, äh, ja. Keine Ahnung. Wir gehen einfach mal zurück, ne? Also, aber blöd, wenn wir jetzt wieder hier zurück müssen. Hilfe! Durch, 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 durch. So, hat sich hier irgendwas verändert? Da ist ein Schutzschild. Hier können wir uns nochmal aufladen. Aber hat sich hier was verändert? Im Moment sehe ich nichts. Ähm, hier ist auch nix. Hoffentlich war das richtig, was wir jetzt gemacht haben. Äh, ist hier irgendeine Tür aufgegangen vielleicht? Moment mal, hier sind mehrere Türen. Müssen wir das jetzt an mehreren Stellen machen? Da oben ist nämlich noch verschlossen. Da oben scheint auch irgendetwas zu sein. Okay, äh, anders, was anderes sehe ich jetzt hier gerade nicht. Da kommen wir so nicht irgendwo anders hin. Äh, ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal einmal hier runter eben. Von da hinten sind wir gekommen. So, hier war doch nichts gewesen sonst. Den haben wir. Hoffentlich mussten wir nicht doch da hinten jetzt irgendwo weitergehen. So, jetzt gucken wir hier nochmal. Ja, das hat mir ja gedrückt gehabt. Alarm? Wieso Alarm? Mach keinen Scheiß hier mit Alarm. Hm. Ja, da ist auch alles zu. Okay. Ah, 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 ah. Was ist denn, wenn wir den... Okay. Da sind wir... ... ein wenig ausgerutscht. Vielleicht müssen wir ja auch gar nicht zurück. Da ist ein Schutzschild. Müssen wir mal den wieder rausnehmen. Schutzschild wieder weg. Was ist denn jetzt passiert? Ach, wir sind da reingekommen und dann sterben wir auch sofort. Ach, das ist ja interessant. Ja, gut zu wissen. Pass mal auf. Jetzt will ich nochmal eben einmal den rausnehmen. und mir das hier nochmal genau ansehen. Weil hier sind wir ja schon an einer weiteren Tür eigentlich. Moment mal. Die Tür ist zu. Müssen wir da hin? Da müssen wir warten, bis die sich wieder etwas zurückzieht und Galle geben. Aha. Ach, guck mal einer an. Boah. Okay, das war richtig hier gewesen. Ihr Kasperköpfe. Wie geht's denn für das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017